Hallo, das Projekt Sakralbauten, was hier vorliegt, ist entstanden im Rahmen einer Ausstellung von K8 mit dem Namen Kassonanzen. Es war eine VR-Ausspielung für einen 360-Grad-Zeitraffer von vier Kirchen der Großregion. Alle Kirchen hatten gemeint, dass es Architekturen der 50er Jahre sind. Das Video besteht aus zusammengefügten HDR-Images, die als TIFF- und JPEG-Reihen vorliegen. Die Bildreihen sind schon gestitcht, die HDRs sind zusammengefügt. Das ganze Projekt wurde in After Effects erstellt und liegt mit zusammengefügten Videos gesammelt im Ordner. Lediglich die Schrift, die einer Bezahllizenz unterliegt, ist nicht mit dabei. Ich bin sehr gespannt und wünsche viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020